Auf Instagram nennt sich mittlerweile jeder Fitness-Coach und Personal-Trainer, jeder postet irgendwelche Übungen von sich selber und bietet 1 zu 1 Fitness-Training und Fitness-Coaching an. Aber ist es denn wirklich so, dass es immer mehr und mehr Fitness-Coaches gibt? Darauf möchte ich mal hier ganz genau eingehen und dir auch mal meine persönliche Meinung hier zu diesem Thema mitgeben. Und zwar, Punkt Nummer 1 ist, dass du wahrscheinlich einem Wahrnehmungsfehler unterliegst. Jeder kennt das, wenn wir uns immer mehr und mehr mit einem Thema beschäftigen, dann kriegen wir auch online immer mehr und mehr davon angezeigt. Sowohl im organischen Bereich, wenn du andere Leute kennenlernst vielleicht aus der Fitness-Szene, die sich dann vielleicht selbstständig machen. Da kriegst du vielleicht dann mehr Leute angezeigt und siehst auch mehr Leute, die sich selbstständig machen damit. Und du kriegst natürlich auch viel mehr Werbung auf Instagram und Facebook, wenn du dich eben für das Thema interessierst. Die Algorithmen sind heutzutage so gut, die merken alles. Wenn du dich auf Fitness-Seiten informierst im Internet oder wenn du dich auch auf Instagram für das Thema Fitness interessierst, dann kriegst du einfach immer mehr und mehr angezeigt. Und es muss gar nicht sein, dass es immer mehr und mehr Fitness-Coaches gibt. Es kann einfach nur sein, dass es dir immer mehr und mehr nur auffällt, dass es mehr Fitness-Coaches gibt oder dass es welche gibt. Wir kennen es ja auch alle zum Beispiel, wenn wir uns irgendein Auto gut finden, dann sehen wir das Auto auch ständig. Ich habe eine Mitarbeiterin, die fährt ein Mini und seitdem sie bei uns arbeitet, sehe ich nur noch Minis auf der Straße und denke mir immer, ach ja, da ist sie ja wieder. Obwohl es natürlich nicht ist, ist ja klar. Aber die Wahrnehmung ist einfach anders, weil es dir auffällt. Und das ist auch Punkt Nummer eins, das heißt, lass dich vielleicht nicht von dem Wahrnehmungsfehler beirren und deine eigenen Gedanken deswegen blockieren. Und dass du dann sagst, ja, es gibt ja so viele Fitness-Coaches, es gibt so viele Fitness-Trainer, da habe ich jetzt keinen Platz mehr und deswegen kann ich jetzt nicht Trainer werden. Das ist eigentlich Quatsch. Aber noch zwei andere Faktoren möchte ich dir hier mit an die Hand geben und zwar, die andere Sache ist das Thema Realness. Viele nennen sich vielleicht auf Instagram Fitness-Coach, Personal-Trainer, Personal-Coach, aber die Wahrheit ist leider, die meisten davon haben wahrscheinlich nicht mal wirklich Kunden und machen das wirklich nicht mal richtig professionell. Weil ich kriege es leider auch immer wieder in meinem Umfeld mit oder von Leuten, also im Fitnessstudio, die dann sagen, hey, ich würde auch gerne Online-Coach sein, ich würde auch gerne Personal-Trainer sein. Und dann ist es natürlich sehr, sehr einfach, sich auf Instagram irgendwie Personal-Trainer zu nennen oder Fitness-Coach, ein paar Bilder hochzuladen, vielleicht auch ein paar Videos hochzuladen und dann zu sagen, hey, buch gerne mal ein 1-zu-1-Coaching. Aber dass da wirklich Kunden drüber generiert werden und dass da wirklich auch Anfragen generiert werden und da ein richtiges Business draus entsteht, auch wenn es nur nebenbei Business ist, das ist halt leider nicht immer so. Da habe ich neulich auch wieder gehört, dass sich eine Dame selbstständig gemacht hat in dem Bereich, auf Instagram halt alles promotet hat und jetzt nach einem halben Jahr oder Jahr damit aufgehört hat, weil sich einfach keiner gerührt hat und weil sie leider nicht die richtigen Marketing-Strategien dafür kannte. Das heißt, geh nicht danach, wie viele Fitness-Coaches auf Instagram gibt, die sich halt so nennen, sondern schau dir wirklich an, okay, wie viele wirklich reale Unternehmen, wie viele reale Personal-Trainer, die wirklich das Ganze in Tights oder Vollzeit machen, gibt es denn wirklich und das sind dann schon mal viel, viel, viel weniger, als dass sich eben Leute auf Instagram Personal- oder Fitness-Coach nennen. Und so ein Instagram-Count ist dann einfach sehr schnell erstellt und davon darfst du dich beirren lassen und die wenigsten kriegen dann aber wirklich die Kundenakquise auf die Kette und wissen halt, welche Marketing-Strategien sie machen müssen, damit das Business halt auch wirklich läuft. Ist traurig, ist leider so, ich würde ihnen gerne allen weiterhelfen, aber man kann sie natürlich auch nicht alle zu ihrem Glück zwingen. Aber das ist ein riesengroßer Faktor, glaube ich, dass viele, die meinen, sie sind Fitness-Coach, gar nicht wirklich Fitness-Coach oder Personal-Trainer sind. Und der letzte Grund, warum du dich nicht davon abhalten solltest, Fitness-Trainer oder Personal-Trainer zu werden, weil es in Anführungszeichen schon so viele gibt, ist, dass der Markt sowieso riesig ist und da es Platz einfach für jeden gibt. 55% der Leute sind übergewichtig, über 60% hatten in den letzten 12 Monaten Rückenschmerzen, alle bewegen sich weniger, alle machen nur noch Homeoffice und so weiter und so fort. Das heißt, das Marktpotenzial ist so groß und es ist einfach da und da kannst du auf jeden Fall als Personal-Trainer was davon abhaben, von diesem riesen Fitness-Markt. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel das Ganze mal wieder an dem Beispiel Regensburg hier durchgespielt und habe einfach mal wieder vorne geschaut bei Google, okay, wo finde ich denn jetzt überall Personal-Trainer? Und ich habe das immer mal wieder gemacht über die letzten Jahre und ich sage es euch, wie es ist, ja, so krass viele sind da jetzt auch nicht dazugekommen, beziehungsweise sind vielleicht irgendwie 2, 3, 4, 5 oder sowas, die vielleicht neu dazugekommen sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier in Regensburg nach Personal-Trainer suche in der Stadt und dann überflutet werde mit Personal-Trainern. Ja, da fallen schon mal 2, 3 raus, weil die ganz am anderen Ende der Stadt sind und dann habe ich vielleicht noch 2, 3 zur Auswahl oder sowas, die ein bisschen in meiner Nähe sind, wenn ich jetzt einen Personal-Trainer suchen würde. Ja, und so viele gibt es hier auch gar nicht und es ist auch nicht so, dass jetzt irgendwie Regensburg, ist natürlich nicht Berlin oder Hamburg, aber auch da kann es zum Beispiel sein, wenn ein Stadtteil ist, vielleicht da so groß wie ganz Regensburg, ja, und auch in diesem Stadtteil wird es wahrscheinlich nicht en masse Personal- und Fitness-Coaches geben, die das Ganze wirklich professionell betreiben, ja. Und machen wir mal diese Rechnung durch, die ich auch vorhin gesagt habe oder schauen wir uns mal diese Zahlen an, ja, wenn wir jetzt nur das Thema Übergewicht betrachten. 55% der Leute sind übergewichtig. Regensburg hat 150.000 Einwohner, ja, das heißt so circa 80.000, nage ich mich noch fest, ja, sind ungefähr überwichtig, ja. Und man sagt ja, wir wissen natürlich auch alle, dass sich diese 80.000 Leute nicht alle Personal-Training leisten können. Aber sagen wir mal, von diesen 80.000 nehmen wir die oberen 10%, die sich theoretisch Personal-Training leisten können. Dann sind es immer noch 8.000 Leute, die potenziell Personal-Training buchen könnten, auf vielleicht 10, 15, maximal 20 Personal-Trainer, die es wirklich gut machen hier in Regensburg, die darauf kommen. 8.000 Leute. Ja, jetzt hat jeder von den 20 Personal-Trainern vielleicht 20 Kunden, das sind 400. Ja, was ist mit den restlichen 7.600? Es ist da so eine große Kluft dazwischen, ja, und das sind ja nur die Leute, die übergewichtig sind. Es gibt ja auch noch Leute, die Rückenschmerzen haben, die andere Probleme haben und so, ja. Natürlich sind auch nicht alle davon bereit, abzunehmen oder einen Petit zu buchen, aber es sind trotzdem noch einfach genug. Und diese Tatsache oder diese Gedanke, hey, es gibt schon so viele Fitness-Coaches, da gibt es keinen Platz mehr für mich, der ist einfach Schwachsinn und der ist einfach nicht real. Ja, das ist einfach so, ja, und ich glaube sogar und ich behaupte sogar, dass bei dir, wenn du dir das selber gerade einredest, ja, dass du nicht starten kannst, weil es schon so viele gibt, dass es nicht wirklich der ursprüngliche Gedanke ist, warum du dir das selber einredest, ja, warum du dir selber diese Ausrede immer wieder vor dir herstellst, immer wieder sagst, ach, es gibt so viele, ja, da kann ich jetzt noch nicht starten, ja. Ich behaupte, der Gedanke sitzt viel tiefer, ja, und das eigentliche Problem ist, dass du Angst hast vor dem Scheitern, ja, und Angst hast, endlich mal loszulegen und dir Ausreden suchst, warum du es vielleicht nicht loslegen solltest und das der wahre Grund ist, warum du nicht startest und das der wahre Grund ist, warum du diese Aussage triffst. Es gibt doch immer mehr Fitness-Coaches und Personal-Trainer, da passt du doch gar nicht mehr rein und da ist doch der Markt schon komplett übersättigt. Das ist wahrscheinlich die wahre Angst, ja, das heißt, du hast Angst, dass du startest und auch keine Kunden gewinnst. Du hast Angst, dass du startest und nicht richtiges Marketing machst. Du hast Angst, dass du startest und da nichts mehr rumkommt. Du hast Angst, dass du startest und erzählst allen, dass du Personal bist, aber dann gar keine Kunden hast und im halben Jahr stehst du dann als Depp da, weil du es nicht geschafft hast mit der Selbstständigkeit. Das sind wahrscheinlich die wahren Gründe dafür, warum du dich loslegst und warum du dir Ausreden zurecht suchst. Und deswegen ist es halt, und deswegen ist es mega wichtig zu verstehen, dass diese Angst vor dem Scheitern normal ist und dass diese Gedanken und Hürden normal sind oder dass die da sind. Die waren bei mir am Anfang in der Selbstständigkeit auch da. Ich habe mir auch gedacht, okay, was passiert, wenn es nicht klappt und so. Aber der Punkt ist, ich habe mich nicht davon abhalten lassen, loszulegen und Gas zu geben und es zu versuchen. Wenn du dich aber davon abhalten lässt von diesen Gedanken, dass du es gar nicht erst versuchst, das ist dann das Riesenproblem und das solltest du halt nicht machen. Und ich kann dir nur den Tipp geben und dir die Hilfe anbieten und an die Hand geben. Wenn du diese Angst hast, dann ist es auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass du damit erfolgreich wirst, wenn du von jemandem lernst, der das Ganze schon bei vielen Personal Trainings umgesetzt hat, der das für sich selber umgesetzt hat. Und da wird die Wahrscheinlichkeit, dass du das Ganze schaffst, auf jeden Fall viel, viel höher sein. Und deswegen kann ich dir empfehlen, buche dir gerne mal ein kostenloses Strategiegespräch auf premiumtrainer.de. Dort können wir dann gemeinsam mal sprechen, wie wir dein Business aufbauen können, dein Business voranbringen können, wie wir deine Ängste überwinden können, dass du endlich mal loslegst, dass du endlich mal anfängst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du damit erfolgreich wirst, ist um ein Vielfaches höher, wenn du das mit den richtigen Anleitungen, mit den richtigen Strategien machst, die wir dir mit an die Hand geben, wenn du richtig verkaufen kannst. Und dass du eben nicht so endest, wie leider die Bekannten, die ich teilweise kenne, die sich auf Instagram Fitnesscouch nennen, aber dann nach einem halben Jahr oder Jahr nichts mehr daraus geworden ist. Also, geh jetzt auf diese Webseite premiumtrainer.de, trag dich ein für ein kostenloses Strategiegespräch. und lass uns sprechen, wie wir dein Business starten oder ausdeuern können. Bis dann. Ciao.